Liebe Leute, willkommen zum zweiten Kamingespräch. Wer sich jetzt fragt, hm, das zweite Kamingespräch? Ja, es gab vor einiger Zeit schon mal eins, das hatte ich damals genannt, können Kinder Geister sehen? Und der Hintergedanke war einfach, neben den eigentlichen Dokus, die ich hier mache, auch ein Format zu bringen, das eher so Podcast-mäßig ist, wo es nicht darum geht, Atmosphäre zu erzeugen, Musik einzuspielen, Bilder zu zeigen, sondern das Ganze eher wie ein Podcast aufzuziehen, das heißt, dass das Zuhören eigentlich ausreicht. Ich werde trotzdem ab und zu auch mal Bilder zeigen oder Karten, aber wenn das passiert, dann auch darauf hinweisen, also niemand muss Angst haben, etwas zu verpassen. Ja, also wenn sich der Blick auf das Handy oder auf den Laptop-Monitor als sinnvoll erweist, dann sage ich das. Wer sich vielleicht auch noch an die erste Folge erinnern kann, dem wird aufgefallen sein, dass sich das Interieur hier in der Midnet Mansion ein wenig verändert hat. Also ich habe mal etwas geputzt hier, aufgeräumt und ich muss sagen, mir gefällt das so eigentlich ganz gut, aber ob es wirklich die finale Version ist, das weiß ich noch nicht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ihr könnt gerne in den Kommentaren auch mal euer Feedback geben, ob euch das so gefällt und dann werde ich einfach sehen, was ich da in Zukunft daraus mache. Das Ganze ist auch sehr, sehr frei von mir jetzt gestaltet, also ich habe tatsächlich wirklich gar keinen Skript, nicht mehr irgendeinen Notizzettel, sondern wirklich nur zwei, drei Stichpunkte, die ich hier parallel auf dem Monitor verfolge. Ich werde auch gar nicht so viel im Nachhinein bearbeiten, vielleicht mal ein Hüsseln rausschneiden, also das Ganze soll sich auch nicht, auch wenn es ja frei ist, unfreiwillig zu einer Art ASMR-Video entwickeln. Ja, also mal schauen. Also, heute soll es nochmal um den RUWA-Vorfall gehen. Das ist ein Thema, das ich im letzten Video behandelt habe, ein UFO-Vorfall. Wer diesen Beitrag noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich erstmal dringend, das nachzuholen. Ansonsten wird es hier wahrscheinlich etwas schwieriger mitzukommen. Irgendwo in einer Ecke jetzt gerade wird wahrscheinlich auch ein Banner aufploppen. Da könnt ihr dann raufklicken und dann gelangt ihr zu diesem Video. Der RUWA-Vorfall. 62 Kinder sehen UFOs und fremde Wesen. Trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz dieses eigentliche Ereignis zusammengefasst. Das Ganze passierte im September 1994 in Zimbabwe. Da gibt es im nördlichen Landesteil so ein kleines Städtchen, RUWA. Und dort gibt es die Area School, eine private Grundschule. Während einer großen Pause sollen dort mehr als 60 Kinder Zeugen geworden sein von einer UFO-Landung. Und zwar von mehreren Objekten. Und aus diesem Objekten, oder besser gesagt aus einem, sollen dann auch mehrere Wesen hinausgekommen sein. Das Ereignis wurde dann auch von verschiedenen Forschern aufgearbeitet. Unter anderem Cynthia Hint, eine in Südafrika geborene Autorin. Und auch von Harvard-Professor und Pulitzer-Preisträger John Mack. Ein Name, den die meisten wahrscheinlich schon kennen. Also doch sehr, sehr bekannt in diesem Bereich UFO- und Abduktionsphänomen. Ja, auch ein Deutscher hat sich mit dem Fall beschäftigt, Michael Hesemann. Alle drei Personen waren auch ein Thema in diesem Beitrag von mir, der RUWA-Vorfall. Da habe ich so die Forschung von denen ein bisschen näher vorgestellt. Und für einige Erkenntnisse von diesen Forschern, da hatte ich leider im letzten Beitrag gar keinen Platz mehr für. Und deswegen soll es darum heute noch mal gehen. Durchaus spannende Sachen hatten die herausgefunden. Also ich gebe einfach schon mal einen kleinen Ausblick, worum es heute genau gehen wird. Zuerst werde ich ergänzende Informationen bringen. Also es sind Dinge vorgefallen, vor und auch nach dem eigentlichen RUWA-Vorfall, die ja womöglich doch mit dem Ganzen zu tun haben könnten. Dann werde ich auf jeden Fall meine eigene subjektive Meinung noch mal etwas genauer darlegen. Also ich glaube, meine persönliche Tendenz, die war auch in dem ersten Beitrag schon ein wenig herauszuhören. Ja, dann soll es auf jeden Fall auch noch mal um die Person John Mack gehen. Es ist ein bisschen so, dass ja diese ganze Bewertung, dieser ganze Vorfall, ein wenig mit der Person John Mack steht und auch fällt. Also es gibt sowohl Kritiker dieser Person, es gibt aber auch sehr große Fürsprecher. Ich persönlich zähle mich zur Letzteren, sage ich hier auch schon gleich ganz ehrlich. Ja, und je nachdem, wie man diese Person bewertet, hat das auf jeden Fall gravierende Auswirkungen darauf, wie man auch diesen gesamten RUWA-Vorfall einordnet. Das ist einfach so und ja, was das genau bedeutet, das werden wir uns später noch genauer anschauen. Dann möchte ich abschließend auch noch über die Motive der Besucher oder möglichen Besucher sprechen. Das war ja auch in den Kommentaren unter dem letzten Beitrag so ein heiß diskutiertes Thema. Warum, wenn das Ganze wirklich passiert ist, warum sollten sich diese fremden Wesen ausgerechnet Kindern zeigen, wenn sie ja wirklich in erster Linie eine Botschaft über Umweltschutz übermitteln wollten? Macht das wirklich Sinn? Das war es dann eigentlich soweit mit den Dingen, die ich hier heute abhandeln möchte. Ja, dann will ich gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden, sondern wir beginnen einfach mal in Medias Res. Wir schreiben den 14. September 1994, zwei Tage vor dieser vermeintlichen UFO-Landung an der Area School. Es ist abends so etwa 20 Uhr in Zimbabwe, in Harare, der Hauptstadt. Dort, wo auch Cynthia Hint lebte damals, die Autorin, die diesen Vorfall auch untersucht hat. Sie ist gerade in ihrem Arbeitszimmer beschäftigt und hört plötzlich einen gigantischen Knall von draußen. Sie steht verwundert auf, geht zum Fenster, schaut hinaus in den Nachthelme, aber kann nicht so wirklich was erkennen. Danach schnappt sie sich ihren Sohn und eine Freundin, die beide im selben Haus wohnen, setzt sich ins Auto und fährt so ein bisschen durch ihr Viertel in Harare. Jetzt muss man dazu sagen, dass das doch ein eher nobler Stadtteil war, wo sie gewohnt hat. Also in der Nähe wohnte der Präsident. Es gab Botschaften. Ich glaube auch politische Flüchtlinge zu diesem Zeitpunkt dort. Und deswegen gab es zuerst die Befürchtung, dass es vielleicht einen Bombenattentat gegeben hätte. Und deswegen halt auch die Neugierde, ob da irgendwas ist, ja, was vielleicht eine gewisse Gefahr birgt zu dem Zeitpunkt. Cynthia Hint ist dann so, ich glaube, bis kurz vor Mitternacht herumgefahren, konnte leider nichts herausfinden, kam wieder nach Hause und ihr Telefon klingelte ohne Unterbrechung. Das waren diverse Zeugen, Menschen, die behaupten, sie hätten am Himmel etwas gesehen, etwas sehr Merkwürdiges. Und zwar ein leuchtendes Objekt in allerlei schrillen Farben, gelb, rot, grün, blinkend. Das wäre hinabgestürzt und ja, die Menschen würden nun rätseln, was das so ist. Der Grund, weswegen ausgerechnet Cynthia Hint angerufen wurde, ja, den versteht man ganz gut, denke ich, wenn man auch diesen ersten Beitrag von mir gesehen hat. Sie war eine relativ etablierte UFO-Forscherin. Also sie hatte das große Glück, aus gutem Haus zu kommen. Ihr Vater hatte, wenn ich mich recht erinnere, eine Möbelfabrik, die sie geerbt hat. Ihr Mann hat sich mit deren Fortführung beschäftigt. Und Cynthia Hint, ja, die hatte nun das Geld und auch die Muße, sich ihrem Hobby gänzlich hinzugeben, nämlich eben diese Erforschung des UFO-Phänomens, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent. Hier Cynthia Hint, die hat dann in der Nacht noch bei einer örtlichen Zeitung angerufen, The Herald, und hat sich erkundigt, ob dort irgendwas eingegangen wäre, irgendwelche Meldungen, was es mit diesem ominösen Objekt auf sich haben könnte. Dort hatte man auch direkt eine Erklärung parat. Es soll nämlich ein Meteorit gewesen sein, der auf die Erde hinabgefallen ist. Dieser laute Knall wäre dabei das Durchbrechen der Schallmauer gewesen. Die Zeitung selber hatte diese Info von einem britischen Gastprofessor, der sich zu diesem Zeitpunkt in Harare aufhielt. Der hat das Ganze also als Meteor dargestellt. Ein Himmelsereignis, das übrigens nicht nur über Zimbabwe zu sehen war, sondern auch in anderen Teilen im südlichen Afrika. Also zum Beispiel Botswana im Norden von Südafrika, über Teilen von Mosambik und auch im südlichen Sambia. Aber die meisten Berichte kamen eben aus Zimbabwe, und zwar aus der Gegend rund um den Lake Kariba. Ich hoffe, das spricht man so aus. Lake Kariba, der Karibasee. Cynthia Hint blieb dann mit diesen britischen Astronomen weiter in Kontakt. Ewan Nesbitt, der hat ja was ganz Interessantes berichtet, als er nämlich wieder zurück in Großbritannien war. Da hat er sich mit dem Royal Greenwich Observatorium kurz geschlossen. Die Mitarbeiter des Observatoriums haben vor einiger Zeit eine recht interessante Information bekommen. Nämlich, dass an diesem Abend des 14. September die Spitze eines russischen Satelliten in die Erdatmosphäre eingedrungen wäre. Die Flugbahn dieses hinabstürzenden, glühenden Satellitenteils wäre eben von Teilen Südafrikas aus perfekt zu sehen gewesen. Damit war im Grunde dieser ganze Vorfall eigentlich geklärt. Es war klar, Satellitenteile sind hinabgestürzt, sind verglüht. Menschen haben das beobachtet. Auch wenn das Ganze zufälligerweise ein bis zwei Tage vor dieser legendären UFO-Landung an der Aerial School passierte, sollte es ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ja, das sollte man eigentlich meinen. Jetzt war es so, dass Cynthia Hint eigenen Angaben nach mit über 100 Zeugen gesprochen hat. Also 100 Menschen, die dieses Himmelsphänomen beobachtet haben. Sie hat viele dieser Zeugenaussagen auch in ihrem UFO-Every-News-Journal wiedergegeben. Also das werde ich euch in der Beschreibung hier verlinken. Ich werde die Quelle hier auch gerade einblenden. Das ist sehr interessant, weil es offen zugänglich ist als PDF-Datei für alle im Internet. Wer also das Englische mächtig ist und sich dafür noch genauer interessiert und diese Zeugenberichte lesen möchte, der kann das machen. Cynthia Hintz sagt, dass es unter diesen ganzen Berichten einige wenige gab, die eigentlich so gar nicht zu einem Satellitenteil passen würden. Ich werde euch mal ein paar davon jetzt näher vorstellen. Da wäre zum Beispiel eine persönliche Bekannte von Cynthia Hintz. Die war am 14. September am Karibasee. Sie hatte auf diesem See einen Ausflug gemacht mit Freunden, mit Familie. An diesem Abend hatten sie angelegt und wollten eigentlich an Land ein Gerillfest vorbereiten. Die Frau lief währenddessen nochmal zurück auf das Boot, wollte was holen, machte eine Taschenlampe an, eine Lampe, die ihren eigenen Ausführungen nach extrem hell gewesen wäre und während sie auf diesem Boot war, bemerkte sie plötzlich in einiger Entfernung ein sehr helles, buntes Licht. Das Ganze machte irgendwie den Eindruck, als wenn dieses Licht auf sie zufliegen würde. Die Frau dachte zunächst, dass das Ganze ein Flugzeug wäre, das sich seltsamerweise absolut lautlos fortbewegen würde. Irgendwann hat sie dann das Gefühl bekommen, dass, aus welch Gründen auch immer, dieses leuchtende Objekt, was auf sie zukam, vom Licht der Taschenlampe angezogen wurde. Sie hatte also ein mulmiges Gefühl und hat dann diese Lampe genommen und hat die hinter ihrem Rücken versteckt. Das Objekt, von dem sie ja zuerst dachte, es wäre ein Flugzeug, hätte plötzlich abgedreht, wäre also in eine andere Richtung weitergeflogen und zwar nur wenige Meter über dem See. Es flog dann auf einen Hügel zu, hätte dabei die Höhe wieder etwas vergrößert und wäre dann hinter diesem Hügel verschwunden. Das war so ein Bericht, bei dem hat Cynthia Hint sich dann schon gefragt, hmm, klingt das wirklich wie ein Satellit, also ein Wiedereintrittsphänomen, das die Richtung wechselt. Sehr merkwürdig. Cynthia Hint hat auch von einer Zeugengruppe berichtet, und zwar sieben Männer im Osten Zimbabwes. Die wollen etwas gesehen haben, das sie für ein Flugzeug hielten, und zwar mit beleuchteten Kabinenfenstern. Das Ganze muss so sehr dem Anblick eines brennenden Flugzeugs geähnelt haben, dass sogar die Feuerwehr im Ort Bulawayo diesem Objekt gefolgt ist, und zwar bis zur Stadtgrenze, weil man eben dachte, hier würde gerade ein Luftfahrzeug abstürzen. Cynthia Hint hat auch mit einem Zeugen direkt aus Harare gesprochen, ein Mann, der seit Jahren in der zivilen Luftfahrt als Brandschutzbeauftragter tätig war, und der hat das Ganze so dargestellt. Er meinte, er war an diesem Abend mit einem Freund draußen, und plötzlich hätten beide dieses Objekt am Himmel gesehen, von dem sie beide wirklich felsenfest überzeugt wären, dass es ein Flugzeug war. Sie hätten sogar Lichter gesehen, die sich von einem Flügel über den Rumpf hinweg zum anderen Flügel erstreckten. Auch hier wurde das Objekt als völlig lautlos beschrieben, und auch hier soll die Flughöhe relativ niedrig gewesen sein. Ich glaube, der Zeuge hat das somit etwa 20 Metern über den Bäumen angegeben. Er selber sagte, dass es merkwürdige Funken hinter sich herzog, und das Ganze ihn so erinnert hätte an einen Funkenfänger in einer alten Dampflok. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was man eben mit diesen Zeugenberichten anfangen soll. Also das Ganze wurde seit jeher eigentlich im Zusammenhang mit dem Ruwa-Vorfall relativ kontrovers diskutiert. Dass dieser russische Satellit abgestürzt ist in jener Nacht, oder besser gesagt die Spitze, das ist gesichert, da gibt es keinerlei Zweifel, und auch Cynthia Hint sagt, dass sie der Meinung ist, dass viele oder fast alle von den Zeugen eben genau diesen Satellitenteil gesehen hätten. Ich habe dann auch mal recherchiert, weil ich wissen wollte, wie sieht es eigentlich aus, wenn so ein Satellitenteil in die Erdatmosphäre eintritt. Stimmt das so überein mit den Berichten, die man bei Cynthia Hint liest? Ich habe dann ein Video gefunden von der Europäischen Weltraumbehörde. Da sieht man das ganz gut. Und ja, es sieht doch schon ziemlich spektakulär aus. Also mit Funkenschlag und teilweise auch bunte Farben. Also auch Cynthia Hint glaubt, dass wirklich die meisten der Menschen so etwas gesehen haben. Aber es gibt eben auch die Berichte, in denen das gesichtete Objekt die Flugrichtung verändert hat, was für ein Wiedereintrittsphänomen doch schon sehr, sehr ungewöhnlich wäre. Berichte, bei denen Menschen angaben, das Objekt aus nächster Nähe gesehen zu haben. Teilweise wie es über Hausdächer flog. Völlig lautlos. Also das ist etwas rätselhaft, um das Ganze mit einem Satelliten zu begründen. Cynthia Hint hatte auch eine recht eigene Ansicht. Sie sagt, an diesem Abend wurden mehrere Objekte beobachtet. Das würde auch erklären, warum es teilweise bei den berichteten Zeiten seltsame Abweichungen gäbe. Eigentlich wäre es ja logisch, wenn Menschen auf die Uhr schauen und etwas sehen, dass das ungefähr die gleichen Zeiten sind. Das ist hier aber nicht der Fall. Die Erklärung von Cynthia Hint, die lautet dann letztlich so. Sie sagt, ja, es stimmt. Es ist ein Satellitenteil abgestürzt. Da gibt es keinerlei Zweifel. Zweifel. Aber es ist an diesem Abend auch etwas anderes beobachtet worden. Etwas, das ja aktiv die Flugrichtung verändert hat. Sie glaubt, dass das etwas war, was von dem abstürzenden Satelliten irgendwie angelockt wurde und diesen Vorgang neugierig verfolgt hätte. Sie sagt auch, ja, die UFO-Forschung, die Vergangenheit, die würde nahelegen, dass UFOs, wer auch immer hinter diesen steckt, dass UFOs ein besonderes Interesse haben an von Menschen fabrizierten Vorgängen. So nenne ich es mal. Ob das jetzt Atomtests sind oder abstürzende Satellitenteile oder ähnliches. Cynthia Hint erhält es also für möglich, dass an diesem Abend das Satellitenteil abgestürzt ist und eben von einem UFO beobachtet wurde. Und das ist natürlich im Zusammenhang mit den Informationen, dass zwei Tage später in Zimbabwe ein UFO oder mehrere gelandet sein sollen, ja, doch schon etwas brisanter. Ja, ich denke, so viel mehr gibt es zu diesem Teil erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, wer die Zeugenaussagen lesen möchte, der kann das bei dem UFO Every Journal tun. Die Links in der Videobeschreibung. Und ich denke, so viel mehr gibt es dann zu diesem Teil eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Vielleicht meine persönliche Ansicht. Also spannend finde ich die Angaben von Cynthia Hint, weil sie eben die Zeugen auch öfters beim Namen nennt. Das sind keine anonymen Zeugen, also Menschen, die mit ihrem Namen hinter der Sichtung stehen, was für mich persönlich immer doch etwas, ja, die Aussagekraft, die Glaubwürdigkeit noch verstärkt. Ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Also ich denke mir, wenn das stimmt, dass über 100 Menschen befragt wurden, dann wäre es doch durchaus plausibel, dass da verschiedene Versionen existieren. Man muss auch sagen, die Zeugen haben sich aus allen Bevölkerungsschichten rekrutiert sozusagen. Es waren Ärzte dabei, auch Piloten, aber auch einfache Landarbeiter. Und gerade die Menschen, die ja etwas gebildeter waren, die haben das nicht intuitiv als UFO abgetan, sondern haben direkt den Eindruck gehabt, es könnte doch ein Meteor sein oder irgendein anderer, ja, bekannter Himmelskörper und eben kein unbekanntes Flugobjekt. Ja, auf der anderen Seite hat Cynthia Hint natürlich schon recht, wenn sie sagt, dass gerade bei solchen Dingen wie Raketentests, Weltraummissionen vermehrt unbekannte Flugobjekte gesichtet worden sein sollen, hat sie schon recht damit. Also es ist sehr schwierig einzuordnen. Cynthia Hint sagt selber, dass sie auch eine Videoaufnahme gesehen hätte von einem Zeugen, dass es aber halt wirklich nur ein Blob wäre am Nachthimmel, ja, also ein undefinierbarer Lichtklumpen, sehr schwer zu beurteilen. Ich persönlich kann das eigentlich nur so stehen lassen. Ich denke, die Geschichte mit dem Satelliten, die ist gesichert. Und die wenigen Zeugenaussagen, die etwas beschreiben, das wirklich gar nicht in dieses Schema passt eines hinabstürzenden Satelliten, ja, mysteriös. Ich kann ehrlich gesagt selber nicht wirklich sagen, was ich damit anfangen soll. Sie klingen an für sich glaubwürdig, aber ja, bei solch einer Masse an Zeugenaussagen, dass da vielleicht auch die ein oder andere dabei ist, wo Menschen sich vielleicht schlicht und ergreifend vertun, ja, oder etwas fehlinterpretiert haben, kann ich mir auch vorstellen. Also, für sich genommen würde dieser Umstand alleine, ja, aus meiner Sicht nicht wirklich eine höhere Beweiskraft oder Glaubwürdigkeit zum eigentlichen Ruwer-Vorfall hinzufügen, sage ich ganz ehrlich. Aber es ist definitiv eine sehr, sehr spannende Hintergrundinformation. Noch spannender und noch brisanter ist jetzt folgender Sachverhalt. Wer bei den von mir vorgestellten Zeichnungen der Kinder im letzten Video ein bisschen genauer aufgepasst hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass da manche Objekte dabei waren, neben denen ein Wochentag stand. Der eigentliche Ruwer-Vorfall, der geschah ja an einem Freitag, so etwa gegen 10 Uhr am Morgen. Und da waren Zeichnungen dabei. Da wurde ein Objekt dargestellt, das erstens gar nicht so viel Ähnlichkeit aufwies mit dem eigentlichen Objekt, das am 16. September gesehen wurde. Das war ja eher so oval geformt, klassische Untertassenform, würde ich fast sagen. Sondern das war erstens zigarrenförmig und zweitens stand daneben Thursday. Ja, das hat einen recht simplen Grund. Es gibt zahlreiche Kinder, die bereits am Tag zuvor etwas gesehen haben wollen. Und zwar ein zigarrenförmiges UFO. Auf diese Info ist Cynthia Hint relativ früh gestoßen, nämlich als sie am Tag des Ruwer-Vorfalls am 16. September informiert wurde von Tim Leach, dass da was passiert wäre an der Aerial School. Da hat sie ja erst mal versucht, Kontakt herzustellen mit Schülern, telefonisch und schon zu befragen. Und dabei wurde ihr bereits erzählt, dass einige der Schüler einen Tag zuvor am Donnerstag bereits ein zigarrenförmiges Objekt gesehen haben wollen. Bemerkenswert ist das eben, weil diese Sichtung zumindest nicht vom Ruwer-Vorfall direkt beeinflusst wurde, weil sie ja davor passierte. Ich werde hier parallel im Hintergrund auch nochmal das entsprechende Bild zeigen, die Zeichnung des Kindes, wo eben dieses zigarrenförmige Objekt dargestellt wird. Also konkret wurden Cynthia Hint folgende Sichtungen berichtet. Zunächst eben von Törscher, also dem Kind, das dieses Bild ja angefertigt hat. Das Ganze wird häufig als fliegende Zigarette beschrieben, mit Licht an einem Ende. Dann gab es einen Jungen, dessen Name wird nicht genannt, der wollte anonym bleiben. Der hat in der Nacht vor dem eigentlichen Ruwer-Vorfall ein zigarrenförmiges Objekt am Himmel gesehen. Ja, und dann, ganz spannend, gab es einen weiteren Jungen, Tanatza, der war am Donnerstag mit seiner Mutter im Auto unterwegs und die haben plötzlich vor sich auf der Straße ein fliegendes Objekt gesehen, das, ja, dreimal dürft ihr raten, zigarrenförmig war. Die Mutter ist dann ausgewichen, später haben beide Cynthia Hint davon erzählt, also auch die Mutter hat diese Sichtung bestätigt und beide waren sich sofort einig, dass dieses Objekt gefühlt nicht von dieser Welt war. Ja, was, was auch immer genau das heißen mag. Die beiden waren mit ihrer Sichtung aber nicht alleine, denn parallel dazu waren drei Mädchen auf einem Spielplatz in der Nähe, die ebenfalls genau dieses Objekt gesehen haben. Ja, und dann gab es auch eine Sichtung direkt auf dem Gelände der Area School an diesem Donnerstag, also einen Tag vor der eigentlichen Landung. Da waren mehrere Kinder auf dem Schulhof und haben eben auch von dort aus ein zigarrenförmiges Objekt sehen können. Das hätte einfach sozusagen am Himmel gestanden, wäre geschwebt, wäre dann langsam hinter einem Baum verschwunden und wäre dann weg gewesen. Also wäre nicht wieder hervorgekommen. Ja, klingt erstmal merkwürdig, aber das ist ja sowieso alles an dieser Geschichte. Von diesem zigarrenförmigen Objekt wurde nicht nur Cynthia Hint berichtet, sondern auch Michael Hesemann. Auch ihm wurde das Ganze bestätigt und mehrere Kinder haben ihm gesagt, das Ganze hätte ausgesehen wie ein Flugzeug ohne Flügel. Also interessant ist es vor allem deswegen, weil diese Form sich ja gravierend von der unterscheidet von dem Objekt oder den Objekten was am 16. September gelandet ist auf dem Gelände der Area School. Das war ja ovalförmig, also nochmal der Hinweis auf die Zeichnungen der Kinder. Ja, und dieses Objekt einen Tag zuvor, das haben alle einstimmig als zigarrenförmig beschrieben. Neben Hesemann und Cynthia Hint gab es auch noch einen dritten Forscher. Auch ihm wurde von diesem ominösen Objekt berichtet. Das war Randall Nickerson. Der hat das Ganze in einem YouTube-Video mal etwas näher dargestellt und hat gesagt, dass er mit Piloten gesprochen hätte. Die wären am Abend vor dem Rover-Vorfall in der Luft gewesen und hätten aus dem Cockpit heraus eben dieses Objekt sehen können. Ja, und das Objekt wäre innerhalb von Sekunden von einem Ende des peripheren Sichtfelds zum anderen hin geflogen und dann verschwunden. Das Ganze soll so in 25.000 Fuß Höhe passiert sein. Ja, und Randall Nickerson, der hebt eben besonders hervor, dass es Piloten waren, dass es Menschen waren, die sich von Berufswegen eigentlich mit sowas auskennen müssten, also solche Sichtungen auch zuordnen können müssten. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man die Historie der UFO-Forschung anschaut, da ist eigentlich, ja, niemand ist sich zu schade, sämtlichen Piloten der Menschheitsgeschichte zu unterstellen, dass sie eigentlich die Venus für ein UFO gehalten haben und ähnliches. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, nur halt, dass am Tag vor dem 16. September mehrere Menschen solch ein zigarrenförmiges Objekt gesehen haben wollen. Ja, bevor ich jetzt auf das vielleicht zentralste Element der Vorgeschichte eingehe, auch dargestellt durch Michael Hesemann, ein ganz kurzer Abschnitt, ein zeitlicher Sprung hin zum Tag nach dem Ruwer-Vorfall, hin zum 17. September. Da ist etwas passiert, das auch sowohl Sintia Hint wie auch Michael Hesemann berichtet wurde. Eine Lehrerin hat erzählt, dass ihr eigener Onkel bei der Schule als Fahrer arbeitete. Ich weiß nicht, ob das ein Schulbusfahrer war oder ob der vielleicht mit einem LKW einfach irgendwelches Equipment oder vielleicht Essen transportiert hat. Fakt ist, er hat als Fahrer gearbeitet für die Area School. Er war am 17. September unterwegs, so etwa gegen 20 Uhr, fuhr eine Straße entlang und sah plötzlich vor sich auf der Straße einige Gestalten. Er selber gab dann später an, sie hätten ausgesehen wie tot. Ja, was, er hat das nicht genau ausgeführt. Michael Hesemann hat auch spekuliert in seinem Artikel, dass er vielleicht meinte, dass sie ähnlich wie Skelette aussahen sehr hager, ja, diese Gestalten hätten sich hin in Richtung zu seinem Bus bewegt. Der Mann hat dann das Lenkrad verrissen, ist in einen Straßengraben gefallen, ist mit dem Kopf gegen das Lenkrad gestoßen und wurde ohnmächtig. Das war zumindest sein Empfinden, also er ist ohnmächtig geworden, er kam dann wieder zu sich und ist aus dem Wagen hinausgesprungen und zurück zur Schule gerannt. Er selber hat später auch angegeben, er wäre sich nicht wirklich sicher, ob er ohnmächtig war oder ob er vielleicht einfach irgendwie jegliches Zeitgefühl verloren hätte. Also was es damit im Endeffekt auf sich hatte, konnte nicht geklärt werden. Wie man das bewerten soll, ich weiß es nicht. Man muss auch sagen natürlich, dass der Ruhrvorfall selbst am 16. September diese vermeintliche Landung große Wellen geschlagen hat. Also da war Presse vor Ort, dass jeder hat darüber gesprochen, jeder war psychisch beeinflusst davon, vielleicht war das jemand, der ein leichtes Nervenkostüm hatte und ja, der gewisse Nachwirkungen gespürt hat und vielleicht etwas gesehen hat, im wahrsten Sinne das Wort des Gespenster, Dinge, die nicht da waren oder vielleicht stimmt das auch, vielleicht hat er tatsächlich irgendwelche seltsamen Gestalten gesehen, abends auf der Straße. Also es konnte nicht geklärt werden, wer oder was da vor ihm lang lief. Dann kommen wir, wie bereits angekündigt, zum vielleicht zentralen Element dieses Videos. Ein UFO-Ereignis, das sich in einem anderen Teil der Welt ereignet haben soll, nämlich in Mexiko, am Abend vor dem Ruhrvorfall. Wie bereits erwähnt, das Ganze wurde von Michael Hesemann dargestellt, aufgearbeitet. Ich werde das erst mal so schildern, wie er es wiedergegeben hat, aber ich werde im Nachhinein auch kritische Stimmen nennen und sagen, warum es welche Zweifel an dieser Geschichte gibt. Also, was war passiert? Am 15. September, wie gesagt, ein Tag vor dem Ruhrvorfall. Da haben diverse Einwohner, laut Hesemann über 100, von Mettepec, das ist ein Ort in Mexiko, etwas westlich von Mexiko City, da haben so etwa 100 Einwohner gegen 20 Uhr Ortszeit ein UFO gesehen. Das wurde beschrieben als Scheibe mit etwa 25 Metern Durchmesser. Die soll über einem Maisfeld geschwebt sein, in etwa 200 Metern Höhe. Irgendwann kamen aus diesem großen Objekt dann zwei kleinere, die haben rot geleuchtet und hatten die Form einer Raute. Die sollen sich mit einer extremen Geschwindigkeit hinab zum Boden und durch das Maisfeld bewegt haben. Anschließend wären sie dann zurück zum großen Objekt geflogen und mit diesem zusammen hinter einem Hügel verschwunden. Zwei Stunden später wurde dieses große Objekt dann erneut gesichtet. Und diesmal sind sieben kleine Objekte aus diesem hinausgekommen und zwar scheibenförmige. Ja und die sollen auch wieder mit extremer Geschwindigkeit durch dieses Maisfeld geschossen sein. Das Ganze soll denn etwa so 10 Minuten gedauert haben. Die Scheiben sollen sich dabei auch den Häusern von Anwohnern genähert haben. Sie sollen auch diverse Maispflanzen platt gedrückt haben. Und anschließend sind sie wieder zu dem großen Objekt zurückgekehrt und alle sind erneut verschwunden. Michael Hesemann gibt an, dass später Fluglotsen behauptet hätten, dass dieses Objekt von 20 Uhr abends bis 1 Uhr morgens auf dem Radar gesehen werden konnte. Ja das ist natürlich eine extrem brisante Behauptung. Ich habe auch wirklich viel recherchiert. Leider, leider konnte ich dazu absolut nichts finden, wie überhaupt zu diesem gesamten Mexiko-Vorfall. Es gibt noch einen zweiten Teil in dieser Geschichte und zwar soll am Tag danach, also dann derselbe Tag, an dem auch die UFO-Landung in Ruva stattfand, da sollen Menschen, die neben diesem Maisfeld wohnten, einen leuchtenden Zwerg gesehen haben. Der soll dann so zwischen dem Mais herumgerannt sein. Ja die Frau, die das behauptet hat, die hat dann ihre Videokamera geholt und hat versucht das ganze zu filmen. Man findet diese Aufnahmen auch noch bei YouTube, aber an dieser Stelle gleich die Warnung, um der Enttäuschung vorzubeugen. Es ist leider, wie so häufig in solchen Fällen, man erkennt absolut nichts. Also das ist ein leuchtender Klumpen, es kann alles mögliche sein. Aber wer Interesse hat, ich werde, sofern dieses Video dann noch existiert bei YouTube, ich werde den Link dazu auch in die Videobeschreibung packen. Ja wie gesagt, Hesemann geht davon aus, dass das alles genauso passiert ist. Es gibt Kritiker des Vorfalls, die sagen, naja, ihnen wäre gar nicht bekannt, dass hunderte Menschen das gesehen haben, sondern im Prinzip geht der ganze Vorfall nur auf die Behauptung einer einzigen Frau zurück. Die wäre damals an die Öffentlichkeit gegangen und hätte behauptet, dass das alles passiert wäre. Daraufhin wären erste Forscher angereist nach Mettepec, hätten da versucht, andere Zeugen ausfindig zu machen. Es hätte aber niemand mit ihnen sprechen können, weil einfach niemand das Objekt gesehen hat. Dann verging einiges an Zeit und irgendwann wurde dieser Vorfall in einem nationalen Fernsehprogramm ausgestrahlt. Anschließend war auch der berühmte mexikanische oder ich sag mal berühmt berüchtigte mexikanische UFO-Forscher Jaime Mosson vor Ort, hat sich dieses Maisfeld angeschaut, hat Zeugen befragt und plötzlich will jeder in der Umgebung dieses Objekt gesehen haben. Nachdem das Ganze im nationalen TV plötzlich dann publik gemacht wurde, an Aufmerksamkeit gewonnen hatte, da gab es plötzlich sehr, sehr viele Zeugen für den Vorfall. Wie es der Zufall so möchte, war der Ehemann der Zeugin damals als Kameramann angestellt und zwar bei genau dem Sender, der diesen Vorfall dann behandelt hat. Ja, vielleicht ein bisschen viel Zufälle, ich weiß es nicht. Das müsst ihr selber beurteilen. Also ich denke, man kann berechtigte Zweifel daran haben, dass es passiert ist, aber man sollte auf jeden Fall erwähnen, dass es zumindest passiert sein soll. Heesemann selber stellt eine mögliche Verbindung her. Er sagt, es wäre schon bemerkenswert, dass in beiden Fällen, also sowohl in Ruwa als auch in Mettepec, große, runde Objekte gesichtet wurden. Der Hauptunterschied lag daran, dass in Ruwa das Ufo tagsüber erschien und Silber geglänzt hat. Und im Mettepec war es Nacht und man konnte die Farbe nicht wirklich erkennen. Es soll aber oder zumindest die kleinen Objekte rot aufgeleuchtet haben. Jetzt gibt es einen Umstand, der diesen Fall vielleicht doch etwas besonders macht. Und das ist die Uhrzeit. Wenn man die Uhrzeit in Mettepec nimmt, zu der das Ufo verschwunden ist, dann entspricht das derselben Uhrzeit wie in Zimbabwe, als dort das Ufo in Ruwa auftauchte. Ja, also mit der Zeitverschiebung jeweils die Ortzeit bedenken. Also was Heesemann hier impliziert ist, dass direkt nach dem Verschwinden in Mexiko das Auftauchen des Ufos in Ruwa folgte. Das ist die mögliche interessante Verbindung. Ja, aber wie gesagt, diesen Vorfall in Mettepec durchaus mit Vorsicht genießen. Es ist auch so, dass zumindest am zweiten Tag, als dieser Zwerg gesehen worden sein soll, auch der Nationalfeiertag Mexikos war. Da war alles voll mit Feuerwerk. Also schwierig zu beurteilen, was da wo geleuchtet hat. Aber hypothetisch, wenn das wirklich so stimmen sollte mit dem Ufo in Mettepec, dann muss man von einer regelrechten Ufo-Welle sprechen, ja, die unmittelbar vor diesem Ruwa-Ereignis stattfand. Also nicht nur der Ruwervorfall selbst, auch das mögliche Objekt, das den hinabstürzenden Satelliten begleitet hat. Und eben auch dieses Ufo oder die Ufos in Mettepec. Ich selber muss aber ehrlich sagen, ich bin, ja, was diesen Mexiko-Vorfall angeht, doch schon etwas skeptischer als bezüglich des Ruwa-Vorfalls. Also so wirklich überzeugend fand ich das nicht. Vor allem halt auch die Informationen, die Hesemann gibt, dass Fluglotsen bestätigt haben wollen, dass das Objekt auf Radar erschien. Ich konnte dazu selber nichts finden. Das muss nicht heißen, dass es nichts gibt. Also gern auch der Hinweis hier an euch, wenn ihr selber da mehr wisst, bitte in die Kommentare schreiben oder mir als E-Mail. Würde mich natürlich auch sehr interessieren. Ich konnte dazu nichts finden, vielleicht auch wegen der Sprachbarriere. Vielleicht gibt es im Spanischen dann noch viel mehr, aber zumindest im Deutschen und Englischen habe ich dann nicht mehr wirklich etwas finden können. Aber wenn es doch stimmen sollte, dass Fluglotsen das bestätigt haben, ja, dann wäre das natürlich schon wieder eine andere Hausnummer, muss man ehrlich sagen. Dann würde es auch aus meiner Sicht diesem Vorfall nochmal deutlich mehr Glaubwürdigkeit geben. Dann sind wir eigentlich schon so im zweiten Hauptteil angekommen. Der umfasst hauptsächlich so meine persönliche Meinung, vielleicht auch ein bisschen Spekulation, Dinge, die ich etwas kritischer sehe, Dinge, die aus meiner Sicht für die Glaubwürdigkeit, für die Echtheit des Ruva-Vorfalls sprechen. Vielleicht auch ein bisschen, ja, auf der Meta-Ebene über diesen Meinungsbildungsprozess. Wie wird der beeinflusst? Vor allem im Ruva-Vorfall ist er aus meiner Sicht maßgeblich abhängig von einer Person, nämlich von John Mack. Man muss schon ehrlich sagen, dass diese ganze Geschichte so ein bisschen mit der Person Mack steht und auch fällt. Also je nachdem, was man von ihm als Person hält, wird sich das definitiv auf die Meinung über den Ruva-Vorfall auswirken. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, dann kommen wir, wie gesagt, jetzt zum zweiten Teil mit meinen persönlichen Ansichten und Spekulationen. Also ich kann das eigentlich recht kurz machen. Ich bin der Meinung, dass damals tatsächlich etwas passiert ist, dass die Kinder irgendwas gesehen haben und dass sie selber überzeugt sind, nicht zu lügen. Das muss noch nicht heißen, dass da tatsächlich irgendwelche fremden Besucher gelandet sind mit ihren Raumschiffen oder was auch immer, sondern für mich heißt das erst mal, dass die Kinder selber nicht bewusst lügen, nicht Teil eines möglichen Scherzes sind. Dafür sind für mich persönlich die Aufnahmen der Interviews einfach ja doch zu eindeutig. Das geht für mich zu sehr in die Richtung, dass die Kinder absolut überzeugt sind von dem, was sie sagen. Ich denke auch, es wäre schwierig, gerade als Kind diese Geschichte über Jahre aufrechtzuerhalten, ohne dass man sich irgendwann mal verplappert. Ich habe auch die Weiten des Internets durchforstet, eben auf der Suche nach möglichen Aussagen von damaligen Zeugen, von den Kindern, die die ganze Sache jetzt nach Jahren widerrufen. Ich habe nichts gefunden. Also nichts Handfestes zumindest. Es gibt so einen Forenbeitrag, da ist jemand, der behauptet, einer der Schüler gewesen zu sein damals und dass die Sache ausgedacht wäre. Aber das war nur dieser eine Beitrag. Die Person hat sich nie wieder gemeldet. Es gibt keine weiteren Details von ihrer Seite aus. Also im Prinzip hätte das jeder sagen können. Dann gibt es eine Aussage. Eine Frau meint, ich glaube auch eine Schülerin von damals, dass andere Mitschüler von ihr auch in einer Fernsehshow waren und das Ganze bewusst ausgeschmückt hätten, eben um weiter im Fokus zu stehen. Aber auch sie hat das nur vom Hörensagen mitbekommen. Sie war nicht dabei. Sie kann das nicht bezeugen. Ja, und auch da konnte ich nichts weiter finden. Also nochmal meine ganz persönliche Ansicht. Irgendetwas haben die Kinder gesehen. Ich weiß nicht was. Es kann alles Mögliche gewesen sein. Aber für mich persönlich sind auch die Erklärungen der Menschen, die das versuchen, so etwas in die Ecke der Fehlinterpretation zu rücken, nicht sehr schlüssig. Also auch dieses Argument, dass es zum Beispiel ein Wohnwagen gewesen wäre. Also ja, das Ganze war ja 100 bis 200 Meter entfernt vom Schulhof. Das hätte ja auch irgendjemandem auffallen müssen davor schon, dass da ein Wohnwagen steht. Also dass solch ein Wohnwagen eine derartige Panik auslöst, halte ich doch für sehr unplausibel. Ich hatte auch extra in dieser Dokumentation den Hinweis gegeben, betont, dass es sich um eine private Grundschule mit gehobenen Bildungsstandards handelte. Wir neigen ja hier in Europa vielleicht auch so ein bisschen zu einer eurozentristischen Sichtweise, sag ich mal. Also wir würden hier in kultureller Blüte leben, während die, also jetzt sehr spitz formuliert, während die Menschlein irgendwo im Busch da draußen, wenn die halt am Himmel einen Sternschnuppe sehen, dann denken die, dass da vielleicht noch irgendeine Gottheit ihren Sonnenwagen am Himmel langzieht oder ähnliches. Ja, das ist hier auszuschließen. Wie gesagt, eine private Grundschule mit gehobenen Bildungsstandards. Das Ganze wurde ins Leben gerufen von wohlhabenden Familien, eben um den Kindern eine exzellente Ausbildung zu ermöglichen. Man muss auch ehrlich sagen, oder ich möchte hier an dieser Stelle auch anfügen, es ist teilweise schon ein Spagat bei genau diesem Thema, dass man auf der einen Seite eben nicht selber diese eurozentristische Sichtweise zu sehr bemüht und der Meinung ist, wir würden hier ja eine gewisse Überlegenheit besitzen. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht ja vielleicht eher naturnah lebende Völker und Menschen zu sehr romantisieren und sich nicht in dem Glauben verlieren, dass wir hier sozusagen ja durch den durch den technischen Fortschritt vom Weg abgekommen sind, dass wir uns selbst verloren haben, dass wir vielleicht spirituelle Fähigkeiten nicht mehr besitzen, die wir einmal besessen haben und dass wir dahingehend eben diesen Naturvölkern absolut hinterlegen sind. Ich weiß nicht, so in die Richtung drittes Auge verloren und so weiter. Also weder in die eine Richtung noch in die andere würde ich persönlich zu sehr ausschlagen. Das halte ich nicht für sinnvoll. Besser ist es so ein bisschen die Mitte zu wahren, denke ich mir. Aber deswegen von mir der Hinweis, es hat sich bei diesen Kindern nicht um irgendwelche naturnah lebenden indigenen Völker gehandelt, die versucht haben, ihre eigenen spirituellen Weltsichten in irgendwas hinein zu projizieren. Also wie gesagt, es war eine Mixed School. Es gab diverse verschiedene Ethnien, verschiedene Religionen und Kulturen. Ich denke mir, das ist schon recht entscheidend bei der Bewertung dieses Vorfalls, bei der Bewertung der Kinderaussagen. Ja, auch die andere Erklärung, die das Ganze in die Richtung einer Fehlinterpretation lenkt, finde ich nicht sehr plausibel, nämlich dass es ein Helikopter war. Wenn so ein Helikopter landet, dann macht er erstmal enormen Krach. Ja, das hätte man vermutlich auch im Schulgebäude, im Lehrerzimmer mitbekommen, wenn da draußen ein Helikopter gelandet wäre. Wenn man sich diesen Landeplatz anschaut, die Bäume, die da stehen, dann wäre das auch nicht sehr sinnvoll gewesen, von den Piloten genau dort zu landen. Und mehr, denke ich, gibt es dahingehend eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, also, ihr wisst nun, ich selber bin der Meinung, dass dort irgendetwas passiert ist, ohne das spezifischer benennen zu können. Ich weiß es tatsächlich selber auch nicht. Ich hatte ja schon erwähnt, dass, ja, dieser ganze Vorfall, die Glaubwürdigkeit bei vielen Menschen doch maßgeblich von einer Person abhängig ist. John Mack. Ich meinte damit natürlich nicht, dass von ihm abhängt, ob es wirklich passiert ist. Ich meinte, dass die Rezeption der Menschen, die sich für diesen Vorfall interessieren, vermutlich maßgeblich auch von ihrer Meinung über John Mack beeinflusst wird. Also, ich werde an dieser Stelle auch nicht nochmal die gesamte Analyse von ihm, die Interviews mit den Kindern, rekapitulieren. Wie gesagt, der Hinweis, dann müsst ihr euch die Doku davor nochmal anschauen, damit ihr wisst, worum es hier genau geht. Ja, ich hatte ja in diesem vorigen Beitrag auch schon erwähnt, dass Mack ein Buch publiziert hatte über das Abduktionsphänomen und dass ihm das natürlich gerade in seiner Position als Harvard-Professor für Psychiatrie enorme Kritik eingebracht hat. Dieses Buch wurde publiziert 1994, also im selben Jahr, in dem auch der Ruwer-Vorfall geschehen ist. Und noch bevor Mack nach Zimbabwe reiste, um sich das alles anzuschauen, da gab es eine Untersuchung seitens der Harvard University, bei der es eben darum ging, ja mögliche methodische Fehler Macks bei seiner Untersuchung von diesem Abduktionsphänomen aufzuzeigen. Das Ganze wurde geleitet vom Dekan der Medizinischen Fakultät, dauerte 14 Monate, also das Ergebnis wurde auch erst bekannt im Jahr, nachdem dieser Ruwer-Vorfall geschehen war. Es gab auch damals während der Untersuchung durchaus Kritik, auch ein Rechtsprofessor der Harvard University hat gesagt, dass er das alles eigentlich unmöglich findet, dass er gegen einen renommierten Professor ermittelt würde, dass das eigentlich keine rechtliche Grundlage hätte, obwohl er selber die Untersuchung dieses Phänomens nicht gut heißt, er findet das nicht sehr wissenschaftlich, aber er sagt halt, dass Mack in seiner Position als Professor alle Freiheiten besäße, etwas zu erforschen, was er selber erforschen möchte. Ja, um es kurz zu machen, am Ende dieser 14-monatigen Untersuchung wurde festgestellt, dass Mack zwar gravierende methodische Fehler begangen hätte bei seinen Untersuchungen, aber dass er ein ordentliches, renommiertes Mitglied der Medizinischen Fakultät bliebe und es wurde ihm auch nochmal zugestanden, dass er alles untersuchen könnte, was er wollte. Ja, jetzt habe ich an dieser Stelle auch versucht, die Berichte dieses Komitees, gerade eben den Abschlussbericht, zu finden. Ich habe nichts dergleichen gefunden. Es wäre natürlich sehr interessant gewesen, wenn man irgendwie diesen Komitee-Report als PDF gefunden hätte im Internet, um eben genau nachlesen zu können, welche methodischen Fehler Mack begangen hat. Das wurde nicht gesagt. Also es wurde bloß so, ja, recht salopp zusammengefasst und Mack wurde dahingehend am Ende sozusagen nicht belangt. Mein persönlicher Eindruck bei dieser Untersuchung, der war eigentlich, dass es der Harvard-Universität und gerade der Medizinischen Fakultät eigentlich nur darum ging, ja, öffentlich ganz deutlich zu machen, dass man sich selber von Professor Mack distanziert, eben weil man, ja, ein lächerlich machen befürchtete, dachte, dass die eigene Reputation dieser doch sehr renommierten Universität darunter leiden würde. Man muss ja auch sagen, dass genau das im Fall Mack passiert ist. Also gerade unter seinen akademischen Kollegen galt sein Ruf eigentlich als ruiniert, ja. Also die wissenschaftlichen Kollegen, die waren sich einig, dass das Ganze doch ein recht großer Fleck, auf der sonst eigentlich doch sehr weißen wissenschaftlichen Weste-Macks wäre, seine ganze Karriere, die war eigentlich doch äußerst beeindruckend. Also er war seit Jahrzehnten renommierter Professor, hat den Pulitzer-Preis gewonnen für seine Biografie über Lawrence von Arabien, diesen britischen Offizier damals, war ein gefragter Redner. Ja, und viele konnten sich eben nicht erklären, warum Mack im Alter von über 60 Jahren plötzlich auf diesen Trichter kam, sich mit dem Abduktionsphänomen zu beschäftigen. Es war damals so, im Jahr 1990, dass er von einem Freund, von dem Künstler Bud Hopkins, auf dieses Thema aufmerksam gemacht wurde und eigentlich die Intention hatte, ja, sozusagen eine neue Form psychischer Erkrankung zu beschreiben. Er ist nicht davon ausgegangen, dass eben diese Berichte von Menschen, die selber, ja, meinen, erlebt zu haben, wie sie entführt wurden von außerirdischen, von fremden Lebewesen, dass da irgendwas dran wäre. Ja, und zu seiner Überraschung konnte er dann eben keine Anzeichen für solch eine Störung feststellen, ja, und wollte fortan herausfinden, was dahinter steckte. Ich glaube, dass ein großes Problem von vielen Menschen mit Mack ist, dass er eigentlich niemals die Intention hatte, zu beschreiben, was sich hinter diesen Lebewesen verbirgt. Ob es wirklich außerirdische Wesen sind, ob es interdimensionale Wesen sind oder ich weiß nicht was. Mack ging es eigentlich eher immer um die Auswirkungen dieser Erlebnisse für die Zeugen. Das ist eine Sichtweise, die ich persönlich auch super spannend finde. Mack selber war der Meinung, dass sich ja bei diesen Erlebnissen, bei diesem Abduktionsphänomen eine Art transformativer Prozess verbirgt, dass es darum geht, bei den Menschen, die diese Erfahrung machen, irgendeinen Anstoß spiritueller Entwicklung auszulösen. Er hat auch immer wieder betont in Interviews, in Fernsehbeiträgen, dass er nicht weiß, was diese Wesen sind, ob das wirklich außerirdische sind. Er hat sich tatsächlich fast vorwiegend darauf konzentriert, eben die Auswirkungen für die Zeugen herauszufinden. Wenn man das weiß, dann hat man vielleicht auch ein etwas besseres, detaillierteres Bild von Mack's Umgang mit den Kindern der Real School. Ein Hauptkritikpunkt eben bei diesem Umgang, der war ja, dass Mack im Prinzip seine eigenen persönlichen Ansichten oder besser gesagt Bedenken in die Kinder hinein projiziert hätte. Das war ein Vorwurf, der kam ja hauptsächlich von Gilles Fernandez. Ein Vorwurf, der auch schon zuvor während der Untersuchung gegen Mack gemacht wurde. Man muss dazu auch sagen, dass bereits im Juni 94, also drei Monate vor dem Ruwer-Vorfall, etwas geschehen ist, das für die Reputation Mack's ja nicht sehr förderlich war. Er war damals auf einer Konferenz, der C-COP-Konferenz, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, C-S-I-C-O-P, steht für Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Mack sollte also eine Rede halten und als er fertig war, war er doch ziemlich verblüfft, als er gesehen hat, dass eine Frau zum Rednerpult ging, die er bereits kannte. Donna Bassett, eine Frau, die er zuvor bereits in einer seiner Therapiegruppen hatte, eine Frau, die behauptet hatte, dass sie selber Abduktionsopfer war. Eine bevorzugte Methode von Mack war ja die Regressionshypnose. Eben eine Methode, die kritisiert wurde, weil man da ja die Gefahr gesehen hat, dass der Hypnotiseur die eigenen Ansichten in die hypnotisierten Menschen hinein projizieren könnte, vermutlich auch würde. Das war damals also schon ein Kritikpunkt. Ja, Donna Bassett, die stand dann also am Rednerpult. Und die hat etwas gesagt, was natürlich Mack etwas den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Sie hat aufgeklärt, dass sie in der Therapiegruppe war, dass sie natürlich niemals von außerirdischen oder anderen Wesen entführt wurde. Sie hatte das bloß behauptet, um eben zu schauen, wie Mack reagieren würde, welche Methoden er anwenden würde. Donna Bassett war eine Journalistin. Sie hat sich eingeschleust bei Mack und hat versucht, quasi ihm Fehler nachzuweisen. Sie hatte damals John Mack gegenüber behauptet, dass sie Zeugin wurde, dass sie damals während der Kuba-Krise in einer Art Vision zugegen war, während die damaligen Regierungschefs von der Sowjetunion und den USA, ja, wie die diskutiert haben, sie hätte dann mit angehört alles, hätte die beiden getröstet und irgendwelche außerirdischen Wesen wären auch anwesend gewesen. Und damit hat sie natürlich genau einen Nerv bei Mack getroffen, weil das eben sein bevorzugtes Thema war. Er war ja ein bekannter Friedensaktivist, hat sich auch während des gesamten Kalten Krieges für den Abbau von Atomwaffen eingesetzt. Mack soll, während Donna Bassett das erzählt hat, so aufgeregt gewesen sein, dass er sich nach vorne lehnte und auf dem Bett, auf dem er saß, ja, dass das zusammengebrochen wäre. Also man hat ihr Mack mit anderen Worten in eine Falle gelockt. Ja, das war natürlich für ihn doch ein gehöriger Knacks für seine Reputation. Ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Vorgehen doch sehr fragwürdig. Also wenn man nicht in der Lage ist, bestehende Analysen eines Menschen argumentativ auseinanderzunehmen, dass man dann quasi versucht, Beweise zu fingieren, indem man diesen anderen Menschen in eine Falle lockt und dann auch noch, ja, bei solch einem Thema wie Friedensaktivismus. Gut, aber es ist ja auch nicht unbedingt eine Frage der Ethik, ob das alles jetzt irgendwie, ja, ethisch vertretbar war oder nicht. Es ging darum, die Glaubwürdigkeit Mack zu torpedieren und das ist leider, muss man hier ehrlich sagen, doch gelungen mit diesem Vorgehen. Aber trotzdem, ich persönlich kann das so nicht gutheißen. Ja, und Stichwort Friedensaktivismus. Wie gesagt, das war ja genau das, was Mack vorgeworfen wurde, gerade von Gilles Fernandez, diesem französischen Skeptiker, dass er eben seine eigenen Bedenken in die Kinder hinein projiziert hätte, weil diese erst bei seiner Analyse und nicht bei den vorigen Untersuchungen durch Cynthia Hint von diesen telepathischen Botschaften sprachen, bei denen sie selber das Gefühl hatten, dass diese außerirdischen Besucher oder was auch immer das damals war, man weiß es ja nicht, dass diese Wesen Bedenken äußerten, dass die Menschen schlecht mit der Erde umgingen. Ich hatte es bereits in der Doku selbst gesagt, meiner Ansicht nach gab es zumindest auf den veröffentlichten Videoaufnahmen dieser Interviews mit den Kindern null Anhaltspunkte dafür, dass Mack da irgendetwas versucht hat, in die Münder der Kinder hineinzulegen. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen sozusagen, da muss man Vorsicht walten lassen, weil ja eben bloß ein Teil der Aufnahmen veröffentlicht wurde. Also die kompletten Interviews sind bis heute nicht veröffentlicht. Wie gesagt, einer der Hauptkritiker-Macks, Gilles Fernandez, hinsichtlich seiner Bewertung dieses Ruwer-Vorfalls, muss ich sagen, ich finde einige Argumente durchaus beachtenswert, auch sehr schlüssig in sich, andere aber nicht. Also gerade was die Kritik an Mack betrifft, das hatte ich gerade gesagt, ich selber habe in den Interviews nicht wirklich Anzeichen dafür gesehen, dass er die Kinder beeinflusst hätte, eben seine eigenen Bedenken zu äußern. Ansonsten aber gerade die Kritik an Cynthia Hint und diesen Gruppeninterviews, das fand ich schon sehr nachvollziehbar. Also ich hatte auch in den Kommentaren unter dem Video Stimmen, die das gelobt haben, dass ich überhaupt Kritik äußere, also auch kritische Stimmen zu Wort kommen lasse. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das äußerst wichtig. Also auch wenn ich selber der Meinung bin, dass da mehr dran sein könnte, ist es einfach wichtig, es gehört zum Prozess der Auseinandersetzung, zum Erkenntnisgewinn dazu, dass man eben auch andere Meinungen zu Wort kommen lässt, sonst ist das alles überhaupt nicht fruchtbar. Gerade wenn man sich für paranormale Phänomene interessiert und der Meinung ist, es gibt wirklich mehr auf dieser Welt, als wir bisher verstehen, dann ist es eben wichtig, auch kritische Stimmen zu hören, weil das zum Prozess des Aussiebens dazugehört. Nur so kann man sicher gehen, dass am Ende das, was übrig bleibt, das, was einer kritischen Überprüfung standhielt, dass das auch sozusagen ernst genommen wird und dass das auch weiter untersuchungswürdig ist. Deswegen werde ich, dafür hatte ich auch in der Vergangenheit Kritik bekommen, bei anderen Themen, bei anderen Videos, dass ich überhaupt kritisch bin. Es wird sich niemals was daran ändern, dass wenn ich Kritik finde, auch berechtigte Kritik, dass ich die bei Themen mit anfüge. Es wird immer so sein. Das gebietet aus meiner Sicht einfach, ja, die Wichtigkeit dieser Themen. Wenn man wirklich der Meinung ist, dass da mehr dran sein könnte, dann gehört es schlicht und ergreifend dazu, sich auch kritisch mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Punkt. Aber manchmal gehört eben auch die kritische Auseinandersetzung mit Kritikern dazu. Auch in diesem Fall meiner Meinung nach. Gilles Fernandes, der hat ja seine Ansichten in einem Blog publiziert. Der heißt Septique versus Les Sous-Coupes-Volantes. Skeptiker gegen fliegende Untertassen. Ich finde diesen Titel dämlich. Schlicht und ergreifend dämlich. Warum? Weil er eigentlich das, was am Ende einer Untersuchung stehen sollte, bereits in sich verbirgt. Es ist gewissermaßen ein Vorurteil, was man vor sich herträgt. Nämlich, dass es Untertassen nicht gibt und dass ja die ganze Agenda, die Existenz hinter diesem Blog eigentlich lautet, das zu beweisen. Und das finde ich unsinnig. Man sollte sich eigentlich erst mit dem Gegenstand beschäftigen und dann eben sein Urteil fällen und das nicht vor sich hertragen, bevor die Untersuchung überhaupt stattfand. Wenn man im Gegenzug einen UFO-Erforschungsverein hätte, der sich selber nennt Believer für fliegende Untertassen. Ja, wie seriös wäre das? Wie intelligent wäre das? Ich glaube, da muss man nicht wirklich diskutieren. Ich denke aber, dass genau das auch eins der großen Probleme im Umgang mit diesen Themen ist. Nämlich, dass die Menschen eigentlich hauptsächlich nach Bestätigung für ihre eigenen, bereits vorhandenen Meinungen suchen. Ja, unabhängig davon, ob man diese Phänomene für echt hält oder eben für Schwachsinn. Da gibt es im Englischen diesen schönen Begriff der Confirmation Bias. Bestätigungsfehler auf Deutsch, nicht ganz so elegant. Also, das umschreibt einen Prozess. Ja, kann man vielleicht so erklären, das Voreingenommensein oder das Vorurteile haben im Prozess der Zustimmung. Mit anderen Worten, wenn jemand eine Meinung äußert und die mit Argumenten füttert, die in sich total schwachsinnig sind und überhaupt nicht plausibel, dann bin ich trotzdem geneigt, diesem zuzustimmen, wenn die geäußerte Meinung am Ende sich mit der meinen gleicht. Wenn das exakt meine Meinung ist, dann sind mir auch die Argumente egal, wie der andere dazu kommt. Und umgekehrt, wenn jemand eine Meinung besitzt, die ich nicht teile, die er selber aber mit einem exzellenten argumentativen Unterbau versieht, absolut schlüssig in sich, dann bin ich trotzdem geneigt, ihm nicht zuzustimmen, weil das Produkt, was am Ende rauskommt, eben ein anderes ist, eine andere Meinung, als ich bereits besitze. Das sieht man immer wieder. Und ich glaube, davor ist auch niemand gefeilt, weder ihr noch ich. Jeder hat so ein bisschen diese Voreingenommenheit. Genau deswegen ist es auch so wichtig, die eigenen Standpunkte immer wieder zu hinterfragen, neu zu evaluieren, sich auch mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und die anzuhören. Und ich glaube, dass die Personen Mac und auch Gilles Fernandez im Zusammenhang mit diesem RUVA-Vorfall wirklich Paradebeispiele für genau diese Confirmation Bias sind. Wenn jemand der Meinung ist, dass Mac nicht glaubwürdig ist oder wenn man noch früher anfängt und sagt, naja, dass dieses ganze Abduktions-Phänomen eigentlich völliger Schwachsinn ist. Wo sind denn die Beweise bis heute? Also wenn jemand mit der Einstellung rangeht, dann ist eigentlich auch John Mac per se unglaubwürdig in seinen Augen. Und dann ist ihm alleine der Umstand, dass es eine Untersuchung der Harvard-Universität gegen Mac gab, bereits Indiz genug, um damit zu belegen, dass Mac unglaubwürdig wäre, dass er unwissenschaftlich wäre. Das reicht dann, ja, auch wenn man nicht konkret den Inhalt dieses Komitees der Berichte vorlegen kann, sondern bloß diesen Umstand, dass es eine Untersuchung gab, das reicht eben, um auch die eigene Meinung nochmal zu begründen, dass Mac nicht glaubwürdig wäre. Und umgekehrt, wenn man die Meinung von Gilles Fernandez hört, die Kritik an diesem RUVA-Vorfall und auch an John Mac, dann reicht eben der Umstand aus, dass Fernandez ein promovierter Kognitionspsychologe ist, um seine Argumente für valide zu halten. Ich denke mir, wenn man das so im Hinterkopf behält, dann kann man daraus vielleicht auch für andere Situationen was lernen. Also bei Konflikten, bei Diskussionen, da ist eigentlich immer dieser Ruf nach Experten und Expertise vorhanden. Und interessanterweise werden die Experten, die eine andere Meinung vertreten, als die, die man selber sowieso schon besitzt, auch als Laie, nicht ernst genommen. Denen wird dann sozusagen die Expertise abgesprochen. Und andersrum, man ruft nach Experten als Laie und wenn diese Experten die eigene, bereits bestehende Meinung bestätigen, dann ist damit auch ihr Expertenstatus bestätigt. Ja, ein Verhalten, das in meinen Augen nicht nur fragwürdig ist, sondern wirklich dumm und das man leider, leider viel zu häufig antrifft. Tja, was bleibt jetzt am Ende übrig, außer spekulieren? Die Frage kam ja auch in den Kommentaren öfters, wenn das alles wirklich so passiert ist, also wenn da tatsächlich 1994 in Zimbabwe mehrere Dutzend Kinder gesehen haben, wie unbekannte Objekte neben dem Pausenhofe landen, Wesen heraustreten und einigen Kindern telepathisch Botschaften übermitteln über Umweltschutz, wenn das tatsächlich so passiert ist, warum wurden dafür ausgerechnet Kinder ausgesucht? Deren, so möchte man meinen, deren Einflussvermögen ist ja doch sehr begrenzt, zumindest in dem Alter, in dem sie Zeugen werden. Ja, warum das so ist, wie gesagt, da kann man nur spekulieren. Nach dem Selbstverständnis der Kinder, das haben sie beim Besuch des niederländischen TV-Teams deutlich gemacht, wurden sie ausgewählt als Zeugen, weil sie noch jung wären und mehr Zeit hätten, Einfluss zu nehmen auf diese desaströsen Entwicklungen, das ist vielleicht ein wenig naiv. Also eine kindliche Logik. Vielleicht aber auch nicht. Also der Gedanke, den ja auch andere geäußert haben, zum Beispiel Randall Nickerson, dass es eine Schule war, eine Mixed School, verschiedene Altersklassen von Kindern, verschiedene Ethnien, verschiedene Religionen und Kulturen, sehen, dass es etwas war, was man vielleicht als repräsentativ für Menschen sehen könnte. Da gibt es einige, die sagen, naja, Moment, wir haben noch Repräsentanten, die Politiker und so weiter, diejenigen, die die Macht haben, warum zeigt man sich denn nicht denen, das sind doch die, die Einfluss haben und etwas verändern können. Die Frage wäre dann, ob mögliche Besucher dieses repräsentative System von uns verstehen. Also das ist eine Frage, die kann man aufwerfen, meiner Meinung nach, aber leicht beantwortet, wenn jemand diesen Planeten besucht und wie in diesem Fall eine Situation erschafft, die so spezifisch wirkt, so wenig zufällig. Also die Kinder in einer Region, die abgelegen ist, sämtliche Erwachsenen im Schulgebäude, also bewusst so gewählt, dass man die Anzahl der Zeugen steuern kann, da muss man davon ausgehen, dass man ein gewisses Verständnis hat vom Zusammenleben, vom Gesellschaftsaufbau hier. Vielleicht kann man noch meinen, das war ja so ein bisschen auch der Tenor am Ende meiner Doku, dass hier bewusst Kinder ausgewählt wurden, um eben eine, ja, emanzipative Bewegung zu fördern, der Menschen, dass ihnen mehr bewusst wird, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass sie eben nicht nur belanglose Massen wären, die ihren Führern sozusagen hinterherlaufen, also gewissermaßen das Selbstverständnis, das Selbstbewusstsein stärken. Das wäre vielleicht eine Erklärung, weswegen, ja, mögliche Besucher sich Kindern zeigen. Ich denke mir, das kam auch als Kommentar hin und wieder, man kann durchaus fragen, ob es tatsächlich um das ging, wonach es dem Anschein nachging, also dem Übermitteln von umweltaktivistischen Botschaften, möchte ich fast sagen, ob es wirklich darum ging. Wenn man sich auch in der UFO- und Abduktionsforschung ein wenig umsieht in der Historie, da wird man schnell feststellen, dass es da eigentlich vom beschriebenen Verhalten möglicher Besucher, dass es da diverse Abweichungen gibt. Es gibt kein einheitliches Verhalten. Es gibt Zeugen, Menschen, die sagen, sie sind in Kontakt getreten mit Besuchern und beschreiben diese als freundlich, ein Gefühl von Wärme und Wohlsein. Es gibt Menschen, die behaupten, sie wären Opfer von Experimenten gewesen. Es gibt zum Beispiel die UFO-Welle in Brasilien, Colares in den 70er Jahren, wo ja regelrecht auf Menschen geschossen wurde mit irgendwelchen Lichtstrahlen. Also es ist schon sehr schwierig, hier nach einer einheitlichen Motivation zu suchen. Was jetzt als mögliche Erklärung häufiger genannt wurde, ist, dass es alles so aussah wie ein Besuch, aber in Wahrheit eigentlich eher eine Projektion war in der Wahrnehmung der Kinder. Vielleicht ist es ein Punkt, der sich ein bisschen deckt, auch mit Jacques Vallées Ansichten, Ansichten, die ich zum Teil auch schon bei dem Thema Skinwalker Ranch geäußert hatte, ja, dass es eine Art Aufführung ist, dass es nicht darum geht, zu fragen, was ist das, was sich uns da zeigt, sondern, dass wer auch immer hierher kommt, zu Besuch kommt, eigentlich sich nur zeigen möchte, ohne dass man dieses Zeigen beweisen könnte und dann wieder verschwindet. und dass sich eben diese Auftritte der jeweiligen kulturellen Entwicklung, dem Entwicklungsstand der Menschen anpassen. Also mit anderen Worten, die Menschheit wird an irgendetwas herangeführt, soll für etwas sensibilisiert werden, für was auch immer. Aber das Ganze ginge eben so ein wenig in die Richtung, die ja auch John Mack angestoßen hat, ein transformativer Prozess. Es geht nicht darum herauszufinden, was sich hinter diesen möglichen Entitäten verbirgt, woher sie kommen, sondern, was sie mit uns oder den jeweiligen Zeugen machen. Also ein Punkt, den ich ja auch in der Doku schon angeschnitten hatte, da gab es ja auch Zeugen, mittlerweile Erwachsene, die gesagt haben, welche Auswirkungen dieses Erlebnis auf ihr eigenes Leben hatte, dass sie deutlich toleranter geworden sind gegenüber anderen Meinungen, dass sie offener sind und dass sie ein anderes Weltverständnis haben. Es gibt auch immer wieder so die These, das ist auch nichts Neues, gerade im Bereich Abduktionsphänomen, dass es sich um gesteuerte Wahrnehmung handelt, vielleicht sogar in manchen Fällen implantierte Erinnerungen, auch wenn das ein bisschen abgespaced jetzt klingt, also dass es Dinge sind, die nicht wirklich in einer objektiv fassbaren Realität geschehen, sondern sich lediglich in der subjektiven Wahrnehmung eines Zeugen ereignen. Und das ist ganz entscheidend, die Urheber von solchen Sinnestäuschungen wären eben irdisch. Also es wären hier Experimente, so militärische Experimente, auch MKUltra wird immer wieder genannt im Zusammenhang mit solchen Geschichten. Ja, also mit anderen Worten technische Experimente von Menschen an Menschen. Wie genau das dann technisch ablaufen soll, weiß ich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich das für ausgeschlossen halte, sondern einfach, dass ich selber eben nicht dieses technische Wissen habe, um mir das zu erklären. Aber, das muss man ja auch sagen, es ist keine neue These hinsichtlich dieses Abduktionsphänomen. Also da gibt es auch Bücher, die geschrieben wurden in der Vergangenheit, Helmut Lama, verdeckte Operation und so weiter, dass gerade dem Militär vorgeworfen wird, da irgendwie seine Finger im Spiel zu haben, das ist zum Beispiel keine neue These. Und hinsichtlich Projektion, da fällt mir gerade noch ein, ein durchaus interessanter Umstand, den auch Cynthia Hint genannt hatte in einem ihrer Artikel, ich glaube in UFO Afrin News. Hier sind Fälle bekannt, sie hat mit Zeugen gesprochen in der Vergangenheit, die berichtet haben, dass sie fremde Wesen gesehen haben, aus großer Entfernung, 500 Metern und mehr, aber seltsamerweise exakt detailliert Gesichtszüge erkennen konnten und Kleidungsstücke und so weiter. Also etwas, das eigentlich mit der reinen Sinneswahrnehmung, mit der optischen Wahrnehmung nicht möglich wäre. Ja, aber das nur als Nachtrag noch, ist mir gerade noch eingefallen. Ja, ich denke, damit bin ich eigentlich am Ende. Dieses zweite Kamingespräch schließe ich dann damit ab. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren mal euer Feedback dalassen, wie ihr zu diesem Format steht, ob ihr euch vielleicht auch vorstellen könntet, in Zukunft öfters Beiträge dieser Art zu hören. Ich sage ganz ehrlich, es ist für mich doch ein erheblich geringerer Arbeitsaufwand als so eine normale Dokumentation mit Videomaterial und dergleichen. Also so eine Podcast-ähnliche Folge ist doch deutlich schneller realisiert. Das war's dann also soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet ebenso Spaß an diesem Thema wie ich. Der Rover-Vorfall für mich eines meiner Lieblingsthemen, was leider in der Vergangenheit viel zu wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, gemessen eigentlich daran, wie spektakulär dieser ganze Vorfall doch war. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns demnächst schon wieder hören. Der nächste Beitrag wird auch schon direkt wieder ein Kamingespräch, das dritte dann über ein Thema, das ich auch schon angekündigt hatte, nämlich die Ursprünge Bigfoots, Bigfoot in der Folklore und den Legenden der Native Americans. Dann euch allen noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem und bis zum nächsten Mal.